hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu regrowth mit dem debitor der nature attendant ich habe eine quest abgegeben was hast du bekommen 8 woodgears 8 stonegears und 8 level aber die brauchen wir doch für unser für unser geiles kistensystem oder nicht ja aber ich brauche erst mal quarts quarts oh du kannst gucken ob wir bei 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 kipp bei botania weitermachen können botania hier weil da gibt es eine erzblume meinten viele und die verwandelt stein in random erze stimmend kannst du mal gucken ob wir die machen können ja ja hast du schon kaffee getrunken nein nein deine wasserblumen sind alle kaputt und der brunnen wird nicht voll warte mal functional flora wäre es dann wahrscheinlich schon ja ich habe auch was umgebaut und zwar habe ich hier näher springlein gebaut damit die seeds mal schneller wachsen ja das habe ich schon gesehen das ist uninteressant für mich ja obwohl du bist eigentlich der nature attendant na ja stimmt sollen wir tauschen die sachen aber näher schmettern es gehört mir schmettern es gehört mir oh die sind auch ich habe die felder auch eingepflanzt wir mit skeleton und natura seeds auf den feldern hier da müssen wir auch eine springt anlage machen das ist doch toll okay weißt du wie die blumen noch mal hieß nee es haben die haben nur erzblume geschrieben kein namen ja toll was soll das denn erzblume weder schissenen schön nein spaß was soll ich denn clay wow und denn richtig viel eisen hätte schon gesagt ja weil wir wollen kohle hast du dann im anschluss gesagt richtig zum brennen der erze ja weil wir haben glaube ich noch 56 erz oder so ja 56 und ich habe schon richtig viel geschmolzen damit ich die die sprinkler da unten bauen konnte mussten ja rüber zehn eisen pro stück komm mal ich habe jetzt mal erst blume eingegeben botania findest du nichts was du scheiße botania dort info pflanzen aus aller welt ist aber kein minecraft man mein kraft davon brauchen wir minecraft botania die hatte ich die hatte ich bei die wolf ja die wolf ist so lange hier ja wahnsinn es gibt richter kraut richter kraut saugt gegenstände aus der nähe auf und platziert sie in anliegende kisten das wäre ja cool einfach überhaupt einen bestimmten hopper ne erzblüme erzblüme die heißt echt zur erzblüte wie er hat sie auf englisch ohr aurelia ja glaub ich warte mal ich guck mal eben aber man kann bookmarken so die ist kaputt ich glaube die heißt irgendwas mit ohr ich habe auch nach erz geguckt ich bin gar nicht drauf gekommen dass erz ohr heißt richtig schlau nicht so ganz ne warte man kann ich hatte ja einen roboter der das quasi immer abgebaut hat aber nur wenn es was anderes war außer stein stimmen daran erinnere ich mich noch oh ja die war richtig geil die folge sind wie botania mit technik ne ja genau wow da ist sogar mit gespielt mal nachgucken das wäre schneller also diese schon mal nicht steht da nicht in deinem buch irgendwas also so was sie verwandelt stein in erze ich habe ich sechs sogar noch so viel ich glaube ich suche in der folge nur die blume raus und in der nächsten folge machst du die blume warte mal kann ich das nicht auf englisch stellen hier einfach wir sind gerade in der welt rum warte mal doch die ich meine ich war die botania ophelia oder so ohr könnt ihr nicht einfach nach botania ohr flower googeln vielleicht findest du sie dann warte mal ich glaube ophelia heißt die ophelia ophelia ok ich gucke jetzt einfach mal ins ney weißt du ja vielleicht ein horn mitnehmen sollen dann nicht durch büscher behernten können aber schnell ok botania wow ok wie hat die dann ausgesehen früher keine ahnung oh es gibt kleine und große blumen ja das sind bestimmt die die da nicht eingehen in der sonne ne boah das wäre schön oh that would be nice very great man got day blue motive gibt es noch also wir haben echt glück was denn ich mach das jetzt mal ich habe ja noch ein paar day blooms wenn du die quasi in den brunnen wirfst in den mana brunnen wir in der andere raus ja genau ok ok bleibe ich auch zu wenig drin vergessen war das ich bin heute wieder sicher sehr sehr gut aber du hast mich überrascht so ja mach doch mal so eine blume die erz macht doch gar nicht vorbereitet hätte ich die mal vorher rausgesucht naja ist ja egal warte aber die hieße oder haben die die rausgepatcht die haben die bestimmt rausgepatcht hundertpro genau nur nur nicht zu ärgern ne orchid da haben wir sie doch die habe ich doch gesagt bau die doch mal eben alter da wollen zettel hat doch ganz am anfang gesagt ne doch ich glaube ich habe sogar das ähnliches gesagt und was mit orchidee oder ich idee warte mal ich muss da ganz kurz weg gehen muss da ein zettel holen dann kann ich mich um clay kümmern ich hatte mein funk jetzt endlich auch deswegen habe ich die jetzt nicht gehört so und da sehen wir wieder hallo hallo gehe ich einfach weg hier mystical grey pattern obwohl wir müssen doch sowieso diese anderen sachen herstellen oder was für andere diese ganzen runes ja stimmt dafür brauchen wir auch eisen sowas ne ich glaube nicht nicht sicher ich glaube nicht aber warte ich guck mal dann baue ich die vielleicht erstmal und dann kommt wahrscheinlich irgendwann die hier dran bei mana habe ich ja ein bisschen haben wir schwarz na klar wie die nacht wo ist denn mein mörser redstone root hast du meinen mörser peter ja klar habe ich den oh cool können wir gut schlafen und weg sie lust lieb ja ok hab alles aufgeschrieben weg und los gommen sie gommen sie ich komme ich komme um eke gelauft lege mich hin sofort jawohl wo haben wir denn jetzt quarz quarz noch gar nicht ok kannst du mir mörser geben nice hier was denn dann hast du den mörser ich hab den mörser schon achso haben wir keinen schwarz du hast gesagt wir haben schwarz peter du hast schwarz lege ach homo warum das war wichtig das brauchtest du ok wir haken dann erstmal die sortieranlage weg wir gucken jetzt erstmal questbuch nach was war los da war irgendwo ein sketch das vom himmel gefallen ist 16 krass brauchen wir noch voll viel ah au ich hab dein horn cool oh wen hast du dein horn das stimmt irgendetwas brummt hier gerade really bestimmt deine hdd eine quest zu kompleten und ich glaube da war draußen aus dem ort written in stone rune of water aber jetzt geht es ja immer noch nicht weiter och man rune of earth ok warte geht der nicht weiter nee wie macht man nochmal die rune äh warte ich guck einfach mal ins nee das beschissene botania burs was für ein arsch in seeds drei tin so viel haben wir nicht ne ich glaube nicht ach nee doch cool oh scheiße peter kannst du nicht sagen jens jüt haben wir noch eisen ja boah die rune sind so scheiße ne gerade in so einer welt hier geh mal bitte äh zum ofen obwohl ich hab auch was bei jetzt sitz mich schon am ofen guck sechs stücke boah haben wir viel eisen vier so eins zwei drei und einen davon wir brauchen noch ah den brauchen wir nicht mehr alles klar peter 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 vom los peter oh ist sogar hier cool was ist denn los find mode haben wir noch bone meal ist er auf den ah hier sind noch haben wir bestimmt jetzt wow so wer weiß wie man diese runen macht wie denn craften ja man muss ganz viele sachen auf dem altar werfen wie zum beispiel ne angel oder mana steel mana powder wer ist falsch genommen 1,3,4 iron zinn und ein seed bitte get the need achso der mana speeder hat bestimmt kein mana ne doch ein bisschen was na warte mal ich mach ich mach sekunde wo ist denn der andere mana speeder der steht ach da lol aber der zeigt ja nach oben der andere ist doch da hinten ach jo okay so nach hier ah schon besser guck mal wie der schießt ich schwör aber dafür haben wir gleich tinseeds peter tinseeds tinseeds warte mal rune of water mache ich jetzt ich kann's mir den stock dann da lassen also wir brauchen das zuckerrohr jawoll hier ist ein stock tschüss mach es hin sie spawnt der warte mal was brauche ich noch wenn jemand habe ich gesagt ein zuckerrohr wie gessens essens auf tint copper jetzt war ja auch wo ich botanier hat einmal nicht weiter gemacht ich weiß noch damals in so einem together wo botanier mit reingenommen haben und nächste folge war dann komplett fertig mit einem boss klatschen ja genau hatte mich in dem fall so ein bisschen demotiviert erlege ich warum der weiß nicht war alle schon im kennerstand kann ich damit denn machen ui 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 was touch flowerpot was ist der denn gut ich komme ja weiß was das ist ne rude wow da muss einfach viel drauf tun ach guck mal das confusion paula ich bekomme also ich osken gespielt habe weil ich auch so einen creeper getötet habe feuerwerk ui nicht im haus ne bloß nicht hat er rule of fire haben wir netherwards ne ich ernte die ne ich glaube fast nicht okay dann lasse ich das auch mal hier drin wir können gucken ob man sie irgendwie züchten können oder so haben wir keine ob sie warte ich guck mal eben netherwards hier bestimmt essence of nether gibt es damit kann man bestimmt irgendwie so seeds machen aber wir sollen uns ans questbuch halten sagen alle ja mach ich doch ja okay ich mach quasi gerade die runen aber vielleicht müssen wir woanders her mit den runen au warte mal wir wollten eine pumpe mal haben ne pump ist die schwer zu craften obwohl das ach ne da brauchen wir redstone das haben wir niemals das ist nix gut air pump electric pump aber wir haben keinen strom ne verdammt das ist doof äh um um unsere springplanlage zu versorgen mit wasser ach ja aber ich glaub darum kümmern wir uns in der nächsten folge denn das was wir heute von regrowth hat die ganze essence bekommen und wenn's noch gefallen hat das hier in den bewertungen da ansonsten sehen wir uns morgen wieder also da rein habt noch einen schönen tag und bis dann tschüss tschüss die so dann